Günstige FIFA-Coins findet ihr bei unseren Partnern, der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Video. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt die Million hier erstmal für den Winter aufsparen und dann gucken wir mal, wenn es jetzt nicht irgendwelche besonderen Sachen noch gibt, die man sich vielleicht noch unbedingt holen müsste, Antonio Rüdiger, einfach weil er einen coolen Namen hat, läuft in elf Monaten aus, können wir halt mal gucken, auch schon 24 Jahre alt, kann man echt mal gucken im Winter, dass man die vielleicht irgendwie verpflichtet, hier ein junger Spieler, Boateng und so, wird ja auch nicht mehr jünger oder Benatia, also es sind schon, das kann man alles schon mal nachschauen, also im Winter denke ich mal, da werden wir nochmal ordentlich zuschlagen, günstig sozusagen. So, jetzt gucken wir und hoffen wir mal, dass vielleicht der ein oder andere Spieler noch ausgeliehen wird. Ansonsten sitzen da ein paar, ja gut, immer mal wieder auf der Bank. Muss ich mal gucken, dass ich die dann vielleicht eingewechselt bekomme von den jungen Spielern. Okay, Lewandowski für 120 Millionen, Ronaldo für 89, das war ein richtiges Schnäppchen, also Anführungsstrichen richtiges Schnäppchen, weil man kann auch viel mehr für Ronaldo hinlegen, wenn man Pech hat, will Real 120 Millionen auch haben, also von daher ist das schon okay. Und leider werden keine weiteren Spiele ausgeliehen, das finde ich schade, aber okay, kann man halt nicht viel machen, müssen wir jetzt mal gucken. So, damit sind die letzten Transferminuten, Stunden und so weiter vorbei. Strohtmann für 30 Mille, okay. So, Frist ist abgelaufen, was ist da, kommt uns zu, was ist das? Und haltet gut, Mannschaft absenden. Ah, gucken wir mal, Lasogga zum Beispiel kann nicht. Da müssen wir mal was anderes reinbringen. Sami Kedira, eine 86, okay. Okay, Castro, Bender, kann man noch gucken, Mustafi, sind jetzt so die Stärksten, ne? Also eigentlich müsste ich Kedira auch mitnehmen. So, okay. World Cup Qualification. Okay, ich denke mal, dass unsere Mannschaft das so von alleine hinbekommt, dass wir für die Quali jetzt nicht unbedingt uns so mega anstrengen müssen. Ähm, aktuell ist aus Italien, schauen wir ganz kurz mal an. Auch hier, Jorinko, jo. Hamsik, Caceres. Jo, also jetzt nichts Besonderes. Aber das gucken wir uns demnächst im Winter dann wieder an. Ich denke mal, dass die Ausstellung hier so passt. Wir könnten, oh Gott, sie hat sich auch 87 verbessert. Gündoan, Schmelzer, was hätten wir noch da im Angebot? Manuel Neuer, Draxler, Müller und Kiesling. Ja, also auswechselbares Material ist dabei. Kedira vielleicht noch reinstellen statt Özil. So, zack. Schweini vielleicht noch rein statt Gündoan. Damit wir da ein bisschen was Defensiveres haben. So. Und dann zack, lassen wir das mal simulieren gegen Dänemark. Bin mal gespannt, wie die Simulation hier ausgeht. Hoffentlich keine Verletzung. Aus unseren Reihen. Neuer oder so. Boateng. 1-0 von Sydney Sam. Der beste Spieler der Welt. Das ist oftmals so ein Sam verletzt. Na gut. Damit war's das. Um Sydney Sam. Der beste Spieler. Hat alles gegeben. Hat zwei Minuten das Tor gemacht. 2-0 von Schürrle. Oh, 2-1. Da kommt schon mal jetzt der Ausgleich näher. 3-1 durch Mario Götze. Sehr schön. Einfach abbrechen. Wir enden 4-1. Sehr gut. Durch Thomas Müller. Wunderbar. Eine Verletzung ist natürlich kacke. Fällt zwei Monate aus. Der beste Mensch. Fällt da einfach aus. Dann müssen wir hier wechseln. Und dann stellen wir da mal Thomas Müller rein. Denke ich. So zu mir. Ja, Toni Kroos. Bin doch nicht der Toni Kroos-Fan. So wirklich. Na gut. Nächstes Match gegen Bulgarien. Also wir haben jetzt drei Punkte gesammelt. Bulgarien bisher noch keine. Einfach jetzt mal hier gucken, was da am Stissel so ist. Qualifikation ist natürlich schon nicht verkehrt. Auswärtig zu simulieren ist immer sehr schwierig. Ich glaube, da hat man ganz schlechte Karten. Aber wir machen trotzdem mit Thomas Müller das 1-0. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr gut. Nebenbei. Türkei-Ungang 1-0. Russland-Dänemark 1-0. Das ist schon nicht schlecht. Gelbe Karte für Zanev. Gislien kommt rein für Reus. Und da ist der Ausgleich. 1-1. Das ist ärgerlich. Lahm macht das 2-1. Super. Sehr, sehr gut, Philipp Lahm. Und wobei. 1-2. Ganz knappe Geschichte hier. Sehen wir noch Türkei-Ungang 3-1. Russland-Dänemark 2-0. Türkei-Ungang war zur Halbzeit 2-0. Okay. Man sieht immer... Ich weiß nicht, warum. Aber wenn wir es zweimal sehen oder mehrmals oder was auch immer. Die letzten Ergebnisse. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach der Ticker, der da durchläuft. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Verletzung von uns jetzt nicht so krass. Dann haben wir Kaiserslautern als nächstes. Und da sehen wir uns gleich in der Partie wieder. Und ja, bis gleich. So, damit geht es jetzt los in die Partie. FC Bayern München. 1. FC Kaiserslautern. Und ja, einfach so schnell wie möglich rein in die Partie. So schnell es geht. Einlaufen. 4-1-2 habe ich ja vorhin schon, glaube ich, erwähnt. Anstoß und los geht's. Mit Ronaldo. Und er macht es gleich direkt rein. Keine Chance für Kaiserslautern gegen den Ronaldo. Da wissen sie auch gar nicht, wo er hinspielt. Und dritt ist die Pille. Direkt zum Anstoß macht Ronaldo den Kick-Off-Glitch. Okay, sehr, sehr krass von Ronaldo. Sehr schön. Bale. Auf Descidio. David Alaba. Neymar. Mario Götze. Nein. Nein. Das war nicht Mario Götze. Ronaldo. Die Maria. Weiter Ball. Auf Mario Götze. Und er verschießt dort die Pille aus dem Volley. Kam er da gar nicht selbst richtig ran oder was war das für eine Geschichte? Also Volley. Hätte ich jetzt gedacht, dass er den besser abschließt. Hat aber nicht so wirklich hingehauen. Der Abschluss von Ronaldo war dafür, wie man das auch erwartet, mit 96 Finishing. Sehr schön. Benatia holt sich da die Pille. Götze. Auf. Oh, jawohl. Und Ronaldo haut's rein. Das 2 zu 0. Wie zu erwarten von Cristiano Ronaldo. Sehr schön. Was Götze eben nicht geschafft hat, macht jetzt der Ronaldo. Läuft gerade super für uns. Kaiserslautern ist aber auch einige Klassen schwächer als wir. Von daher war das schon zu erwarten, dass wir so früh so gut anfangen. Obwohl man auch manchmal einfach verdurstet auf dem Feld. Da spielen die dann sehr defensiv, sehr... Ja, wie soll man sagen. Sehr ballbesitztechnisch. Was ich dann überhaupt nicht kann. Und dann vertändel ich da ab und zu mal solche Bälle, ne. Solche sicheren Pässe. Das muss aber auch nicht sein. Gareth Bale. Hier Jensen abdecken. Ah, der Pass. Bale und die Schilio laufen drauf zu. Abstoß. Ne, Ecke. Die Nummer 10 hat uns angeschossen, ne. Ja, verdammt. Gaus, mach die Ecke. Boateng hab ich hier. Es gesellt sich immer einer zu mir. Warum, weiß ich nicht. Deepay, du hast da ein bisschen Zeit und bist ein ganz spritziger... Scheiße. Ich wollte den Ball rüberspielen auf Ronaldo. Weil man den nicht durchgehend auslaufen kann. Weil mit dem Ball wird man auf jeden Fall nach einer Zeit sehr viel langsamer. Und da ist die Nummer 19 durch. Abgewehrt. Wunderbar. Das war knapp. Dann haben wir den einfach mal stehen gelassen. Ah. Ja, ich stand schon zu weit vorne. Um dann dem so vorbeizuziehen. Die Ecke ausgeführt. Ganz bestimmt nicht von Cristiano Ronaldo. Sondern Neymar. Ein bisschen zustellen. Weiter Ball. Und. Oh. Er hat so viel Platz. Deepay. Wie kannst du den denn verhauen? Der hat so viel Platz. Er musste natürlich erst zum Ball hinlaufen. Das ist klar. Ja, okay. Aber der hat so viel Platz. Eigentlich hätte er den so ohne weiteres reinmachen können. Die anderen waren an anderen Positionen völlig beschäftigt. Standen da herum. Schade. Mit Ronaldo sich durchtanken. Das ist eigentlich die Killermaschine. Na gut. Dann lassen wir Ronaldo jetzt mal den Stoß da vollführen. Und das ist richtig mies. Der Torwart kommt da nicht ran. Und dann ist es da Benatia. Benatia. Sozusagen. Der das Ding da so reinmacht. Alter Fenne. Kopfball. Kommt er so ran. Und dann. Typ. Danke. Da muss man ihn irgendwie vorher auch hindern. Okay. Es geht schon wieder los. 3 zu 0. Gegen Kaiserslautern okay. Jetzt nicht Real Madrid gegen den wir spielen. Aber es kann halt auch mal ganz anders aussehen. Indem man jetzt hier zum Beispiel einen Treffer reinkriegt. Kann sich das ganz schnell das Blatt wenden. Zumindest was unsere Mannschaft halt so ganz betrifft. Götze. Fehler. Götze. Abseits. Er hat den Ball auch komisch angenommen. Ich wollte eigentlich nicht schießen und so. Aber einfach hat er ihn komisch angenommen. Hier. So ein bisschen von Ronaldo betätschelt werden. So war das nicht geplant. Die Maria hinterher. Sehr schön. Läuft mit der Mannschaft eigentlich ganz gut. Sollte man aber auch meinen. Bei den Topspielern, die wir hier haben. Das hat die Pay nicht gecheckt. Hat er nicht gecheckt. Okay. Mario Götze wieder hinterher. Die Maria. Richtig schneller Typ. Einfach auch ZM, dass er das auch kann. Finde ich ganz gut. Der Ball, der war ja mehr als optimistisch. Also das war ja schon fast. Ne, ich glaube nicht mehr daran, dass wir den Ball hier überhaupt noch in den Reihen halten können. Deswegen schieße ich den einfach mal zum Mond. Und dann werden wir da so gebremst. Sehr gut. Ronaldo. Und er finischt das Ding da rein. Headtrick für Ronaldo. Heute ist ein Torfestival. Das kann aber auch wirklich ganz anders aussehen. Also das gleiche Match, wenn wir das jetzt nochmal spielen würden, kann einfach mal komplett anders ausgehen. Dann könnte es doch einfach jetzt hier 1-0 für lauter entstehen oder so. Keine Ahnung. Ist alles möglich. Das habe ich nicht geahnt. Die können wir auch so perfekt ausweichen. Okay, Konzentration. Karl. Wir können jetzt eigentlich ein bisschen defensiver auch gehen. Weil wir haben ja... Wir haben ja... Wir brauchen die Jungs vorne jetzt eigentlich nicht mehr so sehr. Oh, Descidio hat es probiert. Mandmour. Die Flanke. Position ist gar nicht schlecht gewesen. Legen den Ball aber nochmal zurück. Und Foul. Position ist natürlich gut. War jetzt nicht unbedingt... So schlimm, aber naja. Gucken wir mal. 80% erfolgreiche Pässe bei uns. Das ist nicht schlecht. Und der war auch gar nicht schwierig für Manuel Neuer. Auf die andere Seite. Auf David Alaba. Und vorbei ist die erste Halbzeit. Man müsste eigentlich meinen, beim Ergebnis ist eigentlich schon das Spiel komplett vorbei. Ist es hier eigentlich im Prinzip auch. Ich glaube nicht, dass wir noch vier Tore reinkriegen. So. Zweite Halbzeit. Auf geht's. Oh. D-Pay hat ihn da so irgendwie mitgenommen. Ich weiß nicht, wieso der da bei uns vorbeikam. Okay. Was habe ich da probiert? Ich weiß es nicht. Die Concentration lässt zu wünschen übrig. Das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen, ey. Das wäre so heftig geil gewesen, wenn das Ding drin gewesen wäre. Brauchen wir schon auswechseln. Ich würde sagen, wir wechseln mal Götze aus mit die Maria. Und Götze dann mit Pogba. Wir bringen Lakaset rein. Der hat eigentlich auch gut was am Laufen. Und dann wechseln wir mit D-Pay aus. Und dann könnten wir Waran über Teng mal reinbringen. Oder Marquinhos. Hat Marquinhos sich gerade auf den 83 verbessert? Ich glaube ja. Oh cool. Da lassen wir mal Marquinhos spielen. Weil der war meines Erachtens ein Punkt schlechter als Waran. Hat sich jetzt wohl geändert. Dann wollen wir auch schauen, wie Lakaset aufläuft und spielt. Es ist natürlich schwierig, jetzt hier in so einer Partie auch noch einmal alles wieder zu geben und schon wieder irgendwas mit Vorteil. Ja, dann ist wieder Platz. Man kommt einfach nicht an die Pille ran. Das ist schon sehr schwierig. Also wenn der Computer will, dann kommst du nicht daran. Aber dann hat man halt das Glück, dass er ihn dann selbst ins Aus spielt. Ach, abseits. Meine Güte. Okay. Ronaldo auf Bale. Die kennen sich ja schon auf dem Flügel. Ah, bleib ich hängen. Die Maria. Die Nummern sind auch noch nicht alle wirklich final. Also Pogba zum Beispiel eine 14. Keine Ahnung. Braucht er die Nummer 14 oder welche Nummer soll er haben? Das weiß ich zwischen alles noch nicht. Da habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Alaba hat ja seine 27. Neymar hat seine 11. Einwurf. Go, 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 go. Auch Lacazette. Was hat er denn? 20? 32? Ja, keine Ahnung. Ich habe mir da nicht so wirklich viele Gedanken gemacht im Moment, wie man da die Nummern verteilen kann. Ah, dann finde ich immer die Kommentare am besten. What the fuck? Ronaldo 8. Irgendwie so, als hätte ich keine Ahnung, dass Cristiano Ronaldo die Nummer 7 normalerweise hat. Aber die Personen könnten doch einfach die Folge mal ganz gucken. Da erwähne ich das. Also einfach mal eine Folge ganz gucken, statt einfach immer nur rumzuheulen, dass irgendwas nicht irgendwie richtig ist. Einfach mal eine Folge ganz gucken. Entweder erwähne ich das oder habe es schon mal erwähnt und habe irgendwas mal vergessen. Ist ja nicht so, dass ich mich immer an alles erinnern kann und so weiter. Ja? Da kann man das in einem netten Ton sagen, hey, willst du nicht Ronaldo auf die und die Nummer ändern? Oder was auch immer. Statt irgendwie solche Flamer-Attacken da loszulassen. What the fuck? Du machst den voll kaputt, ey. Voll scheiße, du Idiot. Man kann auch einen normalen, ordentlichen Ton sozusagen hier im Let's Play haben. Auch wenn ich manchmal ein bisschen verpeilt bin. Ah. Ich wollte nur schießen, dann hat er ihn geschubst. Ja, also es ist nicht nötig, dass man komische Ausdrücke oder lappenhafte Sachen benutzt. Nur mal so zur Aufklärung. Äh, jo. Und falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte mit einem höflichen Ton und nicht. Ey, du Spass hast doch vergessen, das zu machen. Da gibt es ja immer so Spezialisten. Da war irgendwie so ein komischer Typ, der irgendwie, den habe ich jetzt auch gesperrt, weil mir das auf den Keks ging. Aber es bringt ja nichts mit Sperren. Der irgendwas meinte, voll unkreativ, voll scheiße sozusagen, voll die Untermenschen, die das hier auch gucken. Also wegen des Untermenschens habe ich den Kommentar und den Typen gesperrt. So eine Nazi-Ausdrücke wollen wir hier eigentlich nicht haben. Und, ähm, also wenn jemand meint, ich bin unkreativ, ja, kann er das gerne meinen. Das ist mir Jacke wie Hose. Das ist halt so seine Meinung dann. Oh, fuck. Das kann er ja gerne sagen, aber nicht irgendwie, dass unsere Zuschauer irgendwie Untermenschen wären. dann, ähm, das geht dann halt auf eine andere Schiene und die Nazis möchte ich nicht auf dem Kanal haben. Also nicht wie so eine Scheiße halt sabbeln, die keine Ahnung vom Leben sozusagen haben. Ja, wir sind alles, äh, Menschen. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben und so weiter und wenn jemand Bayern inzwischen nicht mag, dann ist das genauso gut wie jemand, der Dortmund nicht mag oder sonst irgendwas. Ja, also es ist kein Problem. irgendein Verein mal nicht zu mögen, aber man muss deswegen nicht andere Menschen beleidigen. Diskriminierung müssen nicht sein. So, ich glaube, ich habe heute genug gelabert über irgendwelche Kommentare. Wollte ich halt einfach nur mal gesagt haben, dass Diskriminierung, Beleidigung und so weiter nichts in den Kommentaren zu suchen haben. Selbst wenn jemand irgendwie, ähm, mal eine doofe Frage stellt oder sowas, muss man nicht beleidigend sein. Versuche ich mir auch immer einzureden hier, beruhige dich. Das habe ich jetzt schon 40 Mal erklärt, solche Sachen zum Beispiel. Aber wenn man sowas gerade in einer Folge gesagt hat, dann ist das schon ein bisschen blöd, wenn dann da dieselbe Frage dazu kommt. Das ist immer so, ähm, so eine Sache, da denke ich mir, schaut ihr das Video dann nicht, wenn, wenn dann solche Fragen da kommen. Aber ja, egal, wie auch immer, genug Palabert gegen Besiktas. Äh, wie machen wir denn da für die Ausstellung? Wollen wir nochmal wieder eine Dreierkette machen? Das 3-4-3, da kann ich gerne nochmal ein 3-4-3 wieder ausprobieren. Wollen wir denn die Dreierkette? Da haben wir sie. Ne, die hier, ne? Die nehme ich. Ausstellung und dann im Sturm den Ronaldo. Nehme auf links. Nehmen wir da sein. Ja. Dann bringen wir Robin rein auf rechts. Fail für, äh, wo ist Alaba? Alaba. Ob ich den Kalle? Sehe ich gerade Alaba nicht, bin ich blind. da, Alaba. Der kann da auch stehen. Echilio kann leider nicht so gut Innenverteidiger spielen, aber er kann es einfach mal probieren. Sag ich jetzt einfach mal, Boateng und Benatia. Wir wechseln mal aus. Benatia und bringen Varane rein. Und Pogba für Di Maria. Götze möchte ich nicht auf rechts haben. Dann packe ich mal Sterling hin. Dann wechseln wir vielleicht Sterling mit Robben. Ja, machen wir das mal so. Okay. Okay, okay. Und dann lasse ich mal wieder Courtois spielen. Gut, das war's für die Folge. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.